Die Gitarre der Frau Die Gitarre der Frau Es klingt nicht, als ob es ihr wirklich leid täte. Was will die wohl mit der Gitarre? Fragt sich Jonas. Die Gitarre der Frau Die Gitarre der Frau Jonas weiß bereits, dass die zwei Typen, die auf dem Bett über ihm Karten spielen, aus Nordhorn kommen. Dass sie letzte Woche beim Headbangers-Festival in Brandehörner Kirchen waren und aus Prinzip nicht mehr nach Wacken fahren, weil das längst nur noch Kommerz-Scheiße ist. Er weiß auch, dass sie Thorsten und Philipp heißen. Thorsten sieht auf Jonas' Reiseführer und fragt, Warst du schon im Reichs? Im was? Im Reichs. Nee, ich bin ja heute erst angekommen. Ich weiß noch gar nicht so richtig, was es hier für Clubs und so gibt. Ich meine das Museum. Das Reichsmuseum. Ach so. Da hängt die Nachtwache, erklärt Thorsten. Und dann, nachdem Jonas stumm genickt hat, das Teil von Rembrandt. Thorsten, red nicht so viel, du musst geben, sagt Philipp von oben. Jonas steht auf und nimmt den Reiseführer mit. Soll sie mit dem Bine-Maja-Lied anfangen? Sie beginnt zu spielen und zu singen. In einem unbekannten Land. Eine Familie mit Kindern kommt auf sie zu. Es gelingt ihr, sofort die hohen Töne zu treffen. Maja, alle lieben Maja. Das hat damals in Osnabrück mindestens drei Familien angelockt. Hier dagegen halten sich die Kinder an ihren Eltern fest, als ginge von Chiara eine Gefahr aus. Nun blickt immerhin ein Paar lächelnd zu ihr hinüber. Sie bleiben nicht stehen. Sie geben kein Geld. Als nächstes singt Chiara Eternal Flame. Wieder geht die Melodie oft sehr hoch. Weitere Passanten kommen vorbei. Die meisten sehen Chiara nicht an. Allmählich steigt Wut in ihr auf. Sie merkt, man kann die hohen Stellen auch anders singen, wie eine wilde Furie. Fast überschlägt sich ihre Stimme. Sie genießt das. Jetzt weiß Jonas wieder, an wen Thorsten und Philipp ihn erinnern. An zwei Jungs von früher, vom Spielplatz. Zwei Typen, die anderen Kindern gern eine reinhauten. Einer sah ständig leidend aus. Der andere hatte einen grimmig stechenden Blick. Der grimmige war aufs Drohen und Einschüchtern spezialisiert. Der wehleidige haute zu. Aber nur, wenn der grimmige es ihm befahl oder erlaubte. Einmal haben sie sein Stottern nachgeäfft. Danach machte er einen großen Bogen um den Spielplatz. Jonas muss diese Frau mit der Gitarre wiederfinden. Er will sie noch einmal singen und spielen hören. Soll er etwas auf die Rückseite des Fotos schreiben? Aber... Das war die Rückseite des Fotos.